Herzlich Willkommen, mein Name ist Ben. Welchen Sellerie machst du? Kononen Sellerie oder Slange Sellerie? Egal, heute verbinde ich beide. Für die eine Überrasung und das eine schön schöne Curry Sellerie. Machen wir anfangen. Zum Beispiel schäle ich die Kononen Sellerie. Dann in eine kleine Würfel schneiden, ein bisschen Öl in Pfanne, dann die Kononen Sellerie anbraten. Die Kononen Sellerie brauchen 5 Minuten zu anbraten. Dann weiter noch ein bisschen Öl in Pfanne. Dann das Ehano, das ist ein afrikanisches Gewürz. Kartoffeln dazu und Slange Sellerie dazu. Zwei Minuten mitbraten, dann mit Wasser ablösen. Dann Salzpeperwürzel. Einmal aufkochen und 15 Minuten Köchennasen. Dann Kokosmilch dazu. Die Steak mit Wasser rühren. Dazu gut vermengen. Voila, jetzt kann man anbieten. Dann geblatene Sellerie dazu. Noch ein bisschen Sesam. Und Koriander. Probieren. Das ist ein sehr schöner Aroma. Klammig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.